Guten Morgen, ui, folgendes, ich habe Post gekriegt, hier, Autogrammkartenwunsch Manuel Wolf, witzig, ne, toll, endlich, juhu, habe ich mich gefreut, habe ich mal dann aufgemacht, und es ist auch ein frankierter Rückumschlag bei, ist das nicht toll? Und dann ist ein Brief bei, und die erste Enttäuschung, er ist nur kopiert, steht drauf, betreff Autogrammkartenwunsch, bitte schicken Sie mir vier Autogrammkarten mit Unterschrift zu, vielen Dank, Gruß aus Frankfurt am Main. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wie ich darauf reagieren soll, oder, äh, einmal bin ich natürlich froh, da will jemand Autogrammkarten haben und schreibt auch noch einen Brief, juhu, der glaubt dran, dass meine Karriere noch abheben wird. Ähm, andererseits, ähm, wie viele Leuten hat er das geschickt, wenn das einfach so eine Kopie ist, das ist einfach ein Autogrammkartenjägersammler, und ist ja nett, dass er einen Brief, äh, also einen Rückumschlag beigefügt hat, aber einfach so ein Standardschreiben, und wieso vier Autogrammkarten? Wieso ausgerechnet vier? Ich, naja, ähm, tja, was soll ich da, ach meine Güte, heute bin ich echt müde, was soll ich da machen? Ähm, schicke ich ihm einfach jetzt die vier Autogrammkarten, ich hab ja vier Autogrammkarten, ich hab ja Autogrammkarten, das sind die hier, weil ich, ne, ich trete ja auch auf, ähm, oder, ähm, schicke ich ihm eine Antwort, schreib einfach hin, warum, und lege ihm dann einen frankierten Rückumschlag bei, ähm, ich war mal in so einer, in so einer Show, und da kamen Leute an, und die haben vorher nach Autogramm, vor der Show nach Autogramm gefragt, und wir waren alle total froh, dass die Autogramme haben wollten, und, äh, haben sogar selbst Fotos ausgedrückt, falls wir keine dabei hätten, und, äh, dann haben sie gesagt, nachdem wir die Autogramme abgegeben haben, haben sie gesagt, ja, dann viel Spaß noch bei der Show, und sind gegangen, und haben sich gar nicht für die Show interessiert, die wollten einfach nur Autogramme haben, ja, ähm, als ich, als ich meinen Fahrer gefreut hab, was soll ich denn machen, hat er gemeint, schick ihm drei, deswegen würde ich jetzt gerne von euch wissen, ähm, ist das nett, oder ist das einfach nur, äh, Sammlerei, in der Hoffnung, dass irgendwann, was weiß ich, wenn mir irgendwas passiert, ich werde reichend berühmt und sterbe bei einem Flugzeugunglück, oder sowas, und dann werden die Autogramme was wert, äh, was ich da machen soll, äh, schreibt mir das mal in die Kommentare, soll ich ihm drei zurückschicken, soll ich ihm einfach die vier zurückschicken, weil ist ja nett, warum nicht, soll ich ihm einen, eine, einen Brief schreiben, einen, einen Rückumschlag beilegen, ähm, ich weiß es nicht, sagt mir, was ich machen soll, das war, ui, ich, äh, entschuldige mich für diese absolute Verwirrtheit, ich hab es wieder nicht aus dem Bett geschafft, aber ich hab viel, viel, viel geschlafen, gestern war nämlich eine tolle Show, die LOL-Show in Boing, von, äh, Luke Mockridge, meinem netten Kollegen, eine Mix-Show, Max Stettenbauer und Tane Schafatzig und ich waren zu Gast, das müsst ihr euch unbedingt mal anschauen, ist einmal im Monat, Dienstags, jeden Dienstag ist meine Show in Köln, die Boing-Show, kommt da mal vorbei, schaut einfach auf meine Webseite da, nicht nur uiuiuiuiui.de, sondern auch manuelwolf.de, vielleicht trete ich dann einmal bei euch in der Gegend auf und sorry, sorry, sorry nochmal für diese Verwirrtheit, aber sagt mir, was ich mit dem Autogrammkartenwunsch machen soll. Diese abgehackten Sätze, die verspreche ich, wird es morgen nicht geben, denn da lesen wir wieder die Bibel, aber schaut trotzdem rein, es wird spaßig, im Gegensatz zu heute, weil, man kann auch einfach mal nur Geräusche machen, die eigentlich mehr ausdrücken, als die Worte, die man sagt. Ich trinke erstmal, Hallo, aufstehen, so, habe ich vergessen, Kaffee ist so geil, Kaffee ist so geil, wie jemand dabei zu beobachten, der auf einer Bananenschale ausrutscht, was man ja sonst nur in Slapstick-Filmen sieht. Wenn man das schon mal in echt gesehen hat, boah, das ist so geil wie Kaffee, vorausgesetzt die Person verletzt sich nicht.